Wie helfen uns Modelle und Simulationen bei der Orientierung in einer komplexer werdenden Welt? Modelle spielen in allen Wissenschaften eine wichtige Rolle, etwa bei der Untersuchung des Klimawandels oder der Konstruktion eines realen Objekts. Modelle helfen, den Überblick über komplexe Strukturen zu gewinnen. Anders als beim Original fällt es mit Modellen leichter, Informationen zu gewinnen, Alternativen zu bewerten und Entscheidungen zu treffen. Auch Simulationen liegen bestimmte Modelle zugrunde, die versuchen, das Systemverhalten möglichst realitätsgetreu zu beschreiben. Dazu werden Modellparameter manipuliert und die Auswirkungen dieser Manipulationen beobachtet. Der belgische Philosoph Leo Apostel beschreibt den Modellbildungsprozess mit vier Parametern. Das Subjekt entwirft für einen Zweck zu einem Original ein Modell. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Systeme zu modellieren, um spezifische Aspekte hervorzuheben. Statische Modelle betonen die statischen Aspekte, etwa Entfernungen oder Beziehungen, während dynamische Modelle die Dynamik des Systems abbilden. Der deutsche Philosoph Herbert Stachowiak hat bestimmte Merkmale identifiziert, die Modelle aufweisen. Das Abbildungsmerkmal. Dieses Modell bildet das originale Nürnberger U-Bahn-Netz ab. Das Verkürzungsmerkmal. Gegenüber dem Original vernachlässigt das Modell einige Dinge. So werden keine geografischen Details, wie etwa genaue Distanzen oder eigentliche Streckenverläufe abgebildet und auch dynamische Aspekte wie Züge oder Abfahrten werden vernachlässigt. Und das pragmatische Merkmal. Das Modell wurde zu dem Zweck geschaffen, den Fahrgästen Linienverläufe und Umsteigepunkte darzustellen, um ihnen damit die Orientierung im U-Bahn-Netz zu erleichtern. Als vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit kann ein solches Modell nun bei der Orientierung in der U-Bahn helfen oder die Grundlage einer Simulation darstellen. Modelle sind auch für das Lernen grundlegend. Lernende konstruieren sich mentale Modelle von Prozessen in ihrer Umwelt und entwickeln Vorstellungen darüber, wie ein System funktioniert. Auf diese Weise trägt auch dieser Film zu ihrer mentalen Modellbildung bei. Bis zum nächsten Mal.